Ich muss ja nachher noch Auto fahren. Hallo, ich sollte aufhören geistig behindert durch die Gegend zu laufen. Boah, diese verfickten Bogenschützen, was macht denn da so viel Damage da? Ach so, der Boss. Ah, mit Mehrfachschuss, natürlich. So ist das so ein kleiner Heiltrag in meiner Leiste, das soll er doch gar nicht sein. Oh, erst mal den großen Boss töten. Äh, den großen Boss. Erst den großen Boss und dann töten wir den kleinen Boss. Der viel verpisst sich schon wieder, großartig. Naja. Hm, den Hackbogen braucht kein Mensch. Wer will denn schon einen Bogen haben? Wieso packt der mir da jetzt Mana-Tränke rein? Was soll denn der Müll? Der weckt den Dreck. So. Was ist? Der Bogen gibt vier bis neun. Der Bogen gibt vier bis neun. Schaden oder was? Ja. Bei dir selbst. Aber benötigt die Stärke von 17,20. Ja, deine Skill als Stärke noch mal hoch. Stärke-Skill. Ja, mach halt. Überleg ein Item an der Stärke gibt. Ich bin nur noch nicht sicher, ob der Bogen ist. Ich lege mal weg. Musst du doch sehen. Komm mal her. Muss ich live testen. Wieso laufen die Gegenden alle weg? Komm mal her. Komm schon. Mit dir redet keiner. Wer belebt hier wieder? Wer wagt es? Du. Tschüss. Ja, verstehst du. Nichts machen, aber alles einsammeln wollen. Was für einsammeln? Das war. Pisa. Ich sammle ab sofort alle Pfeiler ein, dass du keine mehr hast. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Was war hier unten? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Ich musste erst mal die an den Gegner da unten töten. Nichts von beeindruckender Menge. Nichts von beeindruckender Menge, was. Nichts irgendwie nennenswertes. Da ist noch einer. Oh, ein Ring. Wer hat es jetzt bekommen? Ich nicht, okay. Ich hab's bekommen. Ich hab's bekommen. Ja, Gierschlund. Alle lassen sich reinschütten. Das war Rotwein. Was das halt, ich weiß ja nicht. Weiß ich nicht. Es gibt Alkohol. Was wollt ihr denn von einem denen? Es geht noch weiter Natürlich, es geht immer noch weiter Ich habe bestimmt gleich wieder irgendein vierter Boss Vielleicht können wir laufen wieder weg Unten ist schon ein Daimon Steinhaut Ist schon tot Das war schon beeindruckend Mhmmm, lass doch mal stehen Richtig töten Ich muss mal kurz ein bisschen weg Ähm Treffe ich den jetzt noch selten Spiele läuft wieder weg Hallo Tank Du musst gleich da reinstellen Kann das sein, dass das minimal asynchron ist? Täuscht nicht Weißenhut, Moment, ist der gut? Nein, ich will nicht Ich will nicht das Fenster Ich kann nicht noch mehr tragen Ich kann hier noch mehr tragen, warum nicht? Ach, jetzt muss ich raustappen Gut Aber das ist jetzt kein Schwein Aber das wollen wir mal mitnehmen Das ist ja auch schon wieder das gold Schriftzeichen, klar ja dafür stoppt sich über die guten items rein ja ja für golden item ist es dann in diesem willkommen dank mir lügen tut er auch noch der wahnsinn lügen tut er ohne ende ist der wahnsinn hier oben noch irgendwas wir sind so spannend ich könnte den ganzen tag nicht spielen wir sollten irgendwie ungepatchte version spielen aber die lässt sich bei mir leider nicht installieren es wäre bestimmt toll so gar keine patches zu haben so backfrauen alles was ich mich jetzt frage ist das buch kostet 360 ich kann es für 625 verkaufen gut kauf ich mir ein neues für 360 und mach das jetzt voll ich bin schnell ich bin schnell bisschen 7 siebzehn alter mhmhmhm ich grüße zurück ich habe deutscher gerüst zurück 48, meiner hat 47, soll ich gleich mal neu kaufen? Habe ich hier ordentliches Mützle vielleicht? 11 und 8. Und schon mal 3, 2, 3, 7. Schnell, vor die Sonderangebote wechseln. Kann ich euch helfen? Ja bitte. Das ist auch wieder alles Müll. 17. Repariert 1 Haltbarkeit in 33 Sekunden, der hat da keine anderen Werte drauf, das ist scheiße. Sollen wir mal Glücksspiel machen? 13.000 oder 9. Was? Kannst du dir das Glücksspiel leisten? Ich könnte mir Kettnern schon für 2, 7 kaufen. Achso, okay, ja, das ist ja noch billiger. Ne, die Ringe liegen so ein bisschen außerhalb. Ich könnte mir auch einen Schuppenpanzer für 13.000 kaufen, aber... Ne, das machen wir mal ein anderes Mal vielleicht. Huiiii, schnell! Hast du dein eigenes Portal gemacht? Ja. Meins ist ja schon draußen, also nimmst du am besten meins. Okay. Huiiii, ich bin schnell! Huiii. Ich bin schnell! Im Schwarzenmau muss da auch einen Dings geben, einen Wegpunkt. Äh, nein. Ich glaube... Die Tamo hochladen, meine ich. Was? Was? Soll es einen Teleport geben? Bist du dir sicher? Mit Sicherheit. Du spinnst schon wieder. Ne, ist das Ding eigentlich gar nicht geil? Wie kommst du da drauf, dass es hier einen geben muss? Weil es bisher immer eins gab. Nein! Der nächste kommt, soweit ich weiß, im Kloster. Ja. Ja. Ich hab nicht drauf geachtet, aber du kannst ja recht haben. Gibt es da jetzt einen Seiteneingang oder müssen wir den Haupteingang nehmen? Das sieht so aus, als ob man da hinten auch durch könnte, aber ich glaube nicht. Ne. Sieht aus wie ein fettes Tor, das man von innen öffnen könnte. Wofür auch immer. Huiiii. Ich bin schnell, ich bin langsam. Jetzt bin ich wieder schnell. Huiiii. Achso, ich hab keine Ausdauer mehr. Das erklärt einiges. Ich sollte auch, wenn ich keine Ausdauer mehr hab, schneller laufen. Oh. 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 Äußere Kloster. Ich komm mal zu dir. Ja komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich weiß nicht, aber in Baldur State, nee, in Icewind Dale kamen die aus den Bergen. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Das ist ja normal. Oh. Champion. Deswegen mach ich dir so viel Schaden. Ich denk mir schon, hä? Armbrüste. Willst du keine Armbrüste? Ich guck's mir mal an. Magst du keine Brüste an deinen Armen? Ah, die Tür lassen wir erstmal zu, besser. Wer weiß, was man da drin findet. Oh, die machen die Tür von alleine aus, okay. Nicht nett. Nicht nett. Wat schlägt das Spiel so ein bisschen zu? Hm, in der Mitte ist der Wegbrot. Ja, gleich. Ich glaub er's zum Außenrum. schnapp sie dir alle macht schon die tor manchmal treibt es sein dein symbol sich auf der karte auch rum das ist toll nicht sobald ich sehe nicht aber das symbol auf der karte ist irritiert wenn es plötzlich ganz wandern explodieren der fässer die uns töten ich glaube wir müssen nach oben beide also wir sagen wir gehen erstmal nach links ja wir gehen erstmal nach links wir müssen auf jeden fall oben weiter stein der gesundheit sehr gut trinke ich erstmal blut ist bestimmt blut und kein rotwein oh level up wer ist denn mal mit dem level down kaserne ok wir müssen hier weiter dann müssen wir doch oben weiter gehen ok hier wo ich erst links muss und dann oben sag denn das quest noch rein nein da hier die kaserne schon ist warte mal kurz jetzt wird mir erstmal links es kann sein dass hier das zusatzfest ist und dann doch oben weiter geht ja sollen wir hier nicht das werkzeug oder sowas finden na schauen wir mal ich glaube wir können auch später das kapitel endet hier ja noch nicht ne das dauert noch ein bisschen warte mal kurz was sagt denn das questlock suchen sie eine kaserne ins kloser nach einem horatrium malus sehen sie sich vor dem schmied vor dem bewacht ich glaube wir müssen erst in die kaserne und dann oben weiter kann das sein naja ich kümm mich halt noch aus ich hätte das spiel nämlich schon mal angespielt oh boss oh boss und delfino ist wieder weiß wo nirgends wo das ist nicht der wurs das ist einfach nur ein schwarzer den wir jetzt abschlägt ich bin ein echter amerikanischer polizist ähm kommt der mal durch die tür geh mal raus und guck aber noch da das heißt wohl ja ah 11 oh oh ich hab 3200 gold verloren lass es auch liegen besser ist das wieso hab ich jetzt das ding nicht ich bin doch drüber gelaufen mach mal ein portal ich bin drüber gelaufen aber mein zeug ist weg verstehe ich jetzt auch nicht wo ist mein zeug da oben wo oben im anderen raum ach so sag das doch wieso stehst du hier rum oh 200.000 gold lagen da rum ich muss mal kurz zurücklaufen ja da hab ich den scheiß teleporter doch noch aktiviert bekommen irgendwie so hast du immer noch nicht gemacht ich war da aber er hat scheinbar nicht gezählt ich weiß nicht warum jetzt hab ich ihn aufklicken gar nicht wahr du musst die schweigungsgeschwindigkeit erhöhen mehr als gehören ich bewege mich zu langsam ich hab einen Katar gefunden wo sind meine Tränke hin die sind doch nie alle durchgelebt was hast du gefunden ein Katar ist das was ordentliches wahrscheinlich nein sonst würde das nicht das liegt da rum wo denn da liegt der Katar rum das ist Katar kein Katar ja das ist Schlott das stimmt richtig gut ja toll den Schlott gibt mir den Bill wieder weißt du klaut mir meine goldenen Gegenstände alle und was gibt der mir hier was ist Schlott du hast du Spaßgerücken ich hoffe du stirbst bald das ist ja auch herausfordernde Gegner ich bin zugegeben der mit seinem Britzen war nervig aber oh ich hab nen Schädel aufgenommen so ein Hobby von mir ich sammle gerne Schädel dringend hallo da gehts runter ok da sollten wir dann vielleicht doch nicht weiter gehen doch wir müssen glaube ich ins Gefängnis und da das Zeug finden und danach müssen wir oben weiter im Gefängnis das Zeug ja wo soll ich das wissen wenn es nicht in der Kaserne ist muss es im Gefängnis sein lauter Quest-Lock ne aber Waffen sind doch nicht mehr ein Gefängnis wir suchen ja auch Werkzeug zum Beispiel Folterwerkzeug ne lange Peitsche und dann Peitsche dich aus bis du schleißt mach mich voll geil pfff so die Hütten ja noch weiter oh immun gegen Feuer wir würden nicht gegen meine Speere äh Speere und gegen meine Pfeile auch nicht auf deine Pfeile komm oh hier noch nicht hallo Leute tschüss Leute nein nein ich wollte nicht raus tappen ich hoffe der hat ja kein Problem mit hier ist das Werkzeug dann müssen wir nicht trotzdem ins Gefängnis oder müssen wir gar nicht ins Gefängnis ja wir müssen ins Gefängnis später können wir nicht jetzt schon rein hu 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 ja der spricht der kann dann auch ein bisschen was ach was ich war nur durch die Gegner hier so um ihn rum liefen überrascht die haben den Schaden gemacht so er selbst hat jetzt nicht so viel drauf wo willst du hin bleibst du mal da hallo wo läufst denn du hin er macht Schaden jetzt bleib doch mal da er macht Schaden du willst nur die goldenen Gegenstände alleine für dich haben nein